Herzlich Willkommen! Angenehmen Abend! Das ist die nächste Tepperte Frucht! Das ist die nächste Tepperte Frucht! Kota über Barasit, auch die Flanke gut! Hosena, 2-1 Austria! Doppelpack Nr. 8 für den Topteurjäger der Liga, Saisontour Nr. 23. Das ist der Unterschied! Er macht den Ball per Kopf rein! Im Übrigen der sechste Treffer von Philipp Hosena nach einer Flanke. Er hat keinen Vorwurf hier am Königshof aus der kurzen Distanz. Da kann er einfach nichts mehr machen. Rapids Abwehr gestretcht aus seinem Konter. Guten Applaus Die todos liter starten aus Zeigern. Untertitelung. BR 2018